Hallo in Folge Metro Last Light Wir kämpfen noch gegen diesen Nazis kaum Da waren die schon Oben sind die Typen Wenn ich hier rauskomme Kann ich den da so geben? Stirb Mein kleiner Stirb Kann ich auch nicht rein, da wäre auch noch was So ein Scheiss Oh oh Wo sind sie? Hier sieht man mich gut im Licht Ich habe ein unbutes Gefühl Den messen wir Hier ja Nein, ist der nicht Da vorne ist auch einer Da hole ich mich durch den da noch Oh Oh Jetzt haben sie nicht gesehen Scheisse Weg Der Medipack Der Medipack Versteckt sich? Na klar Sterben müsst ihr Alle zusammen Oh Nicht ins Licht Nein 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 Ja 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 Tja Komm, 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 komm Sie helfen sich Sie helfen sich, ja Zu viel Licht Zu viel Licht Ganz dunkel Ganz dunkel Ok, da kann ich auch noch runter Das mache ich später Zuerst töten wir mal bei uns Zuerst töten wir mal bei uns Der Nächste Die Musik läuft noch Irgendwo ist Ah Ah Safe Schlüssel Sehr gut Geh nochmal aussen rum Nein Nein, nein, findet mich nicht Komm ich rauf Ich bin im Licht Ich bin im Licht Scheisse Ich bin spät gesehen Scheisse Deine Munde Ah, das ist aber ein krasses Arschloch Nääääääääääääääääb Scheisse Dass die Ich bin ein getarnter, äh gepanzerter und ich bin voll im Licht hier. Jetzt ist die Musik weg. Das ist ein gutes Zeichen. Looten, looten, looten. Nichts mehr? Ja, das Licht lassen wir an. Das ist doch diese Seite da. Zerstörungs-Munition, oder? Der wurde gefressen. Armes Schwein. So, wir können weiter. Endlich mal genügend Luftfilter. Wenner eine halbe Stunde. Ah, und hier kann ich auch noch. Einen Haufen Geld. So. Wir sind auch wieder zusammen. Und noch drei. Und das ist nichts. Jungs, wir kommen. So. Sie schauen wieder. Schwarz und rot. Sie haben Angst. Und wollen dich immer noch töten. Mhm. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Wow, da ist ein Scharfschütze direkt. Direkt hier. Oh, ne, shit. Der ist jetzt, scheisse. Der Helm. Ich hoffe, sie wissen nicht, wo ich bin. Nein, versteck dich hier und so. Jetzt werden sie mich hören. Aber... Aber... Jetzt werden sie mich hören. Aber... Jetzt werden sie mich hören. Geil. Entschossend weg ist er. Ja, der sieht mich. Er sieht mich doch, oder? Scheisse. Und zeig dich. Oh, da kommt einer um die Ecke. Zum Glück kein. Ah, der war ja gepanzert. Der war dann aber schnell weg. Oh, ich muss den Filter wechseln. Schnell! Nein, genau dann, wenn ich den Filter wechsle. Ah, fuck. Wir wollen dich immer noch töten. Genau in dem Moment, wo ich den Filter wechseln will. Da kommt einer um die Ecke. Das ist wirklich schwierig. Schauen wir mal den. Was? Hallo? Was soll denn das? Kommt da hin? Ja. Da muss man ihm in das Gesicht treffen, dass sie steht. Ja... Oh, ich muss sofort den Filter wechseln. Oh, ich muss sofort den Filter wechseln. Ja. Dann können wir in der Zwischenzeit etwas zusammen sammeln. Ja. Jetzt suchen sie mich drüben. Oh, da ist irgendwo. So. Wo läuft der drinnen? Im Zug. Rucken du ab, ja. Was? Was ist der? Wer hat mich da gesehen? Da scheint die nächste Maske. Da scheint die nächste Maske. Verzeigt sich nicht. Der Typ. Scheisse, der ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er weg. Ah, ich sehe dich. Wieder leiten Verluste. Das ist schon der Nachte. Scheisse, voll in die Deckung geschossen. Ja, die Typen muss man voll in die Fresse treffen. Dann gehen die schnell down. Wiederum schaut dann auf Schrott. Okay, was ist da? Was höre ich da? Da höre ich doch irgendwas. Was sollst du runter? Ist da noch was da oben? Da drüben. Da unten ist da auch etwas. Sehr gut. Okay. Mal das kurz anschauen da. Was denn das ist? Nichts. Kleiner Geheingang. Dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, es reicht schon. Wir gehen weiter. Hallo, warum kann ich es? Wie, 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 wie? Du kennst ihn. Und er kennt dich. Wer? Oh, fehlt der? Von dem, der spricht. Der da? Ja. Nein, den kann ich nicht. Ja, noch. Hey, Lesnicki, alles klar hier? Natürlich. In D6 passiert nie etwas. Der Verräter. Perfekt, Lesnicki. Jetzt sind Sie dran, Genosse Morashov. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar, ähm, geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andreevich aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von Ihnen. Und wenn wir sie bezahlen? Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnicki? Ja, Genosse General. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den Roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant. Aber ich bin zu erschöpft. Muss anhalten. Was sieht das mit der Frau auf sich? Natürlich. Sehen. Der braucht keine Atemmaske hier draussen. Ich werde eh verreckt. Okay. Darunter. Das Geld. Munitionsgeld. Geht's weiter. Ah. Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnickys Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen. Und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit blossen Händen aufzuhalten. Ich muss die Polis erreichen, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Das wird immer verzweckter mit dem. Schatten hier. Diene. Sehen mich nicht. Hören mich nicht. Lebendig und tot zugleich. Sehr seltsam. Oh je. Werden die ein Problem? Hoffentlich nicht. Seltsam. Ich fühle mich da unten nicht gut. Du hier oben. Das wird helfen. Finde ich was in diesem Rhein? Wow, ist da komisch. Ah, hier jetzt ein Tresor. Nur wo der Schlüssel ist. Das ist die grosse Frage. Ah. Schlüssel. Und ich kann nichts brauchen, was drin ist. Genau, Feuer. Feuer hilft meistens. Für alles gut. Was ist das? Komisch, diese Schatten überall. Hier wollen wir nicht sein. Oha. Was sieht für mich auf die Schiesse? Hast du gesehen? Der kleine Mensch sucht einen anderen Menschen. Und das als du. Eine Frau. Ja, eine Frau. Mutter. 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 Ich habe das gefunden. Versuche aber nicht planlos zu töten. Hä? Nicht planlos zu töten. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Oha, das kommt nicht gut. Oha, das kommt nicht gut. Fälle. Da ist sicher was versteckt hier. Da hat es doch sicher was. Nicht? Da hat es doch immer was und so. Was ist denn das jetzt? 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 Da ist irgendwas. Oder was? Ich höre ihn da. Ja. Mann, bin ich blind. Bin ich denn blind? Jep. Oha, was steht da neben mir? Leck du mich rein am Arsch. Wo ist denn das Baby denn? Verwirkt das mich jetzt? Gehen wir mal hier schauen. Tot nach oben. Tot nach oben. Wo ist der? Tot. Wo ist der hin? Wo ist der Typ hin? Komm ich nicht rein. Schaff ich nicht. Weine nicht mein Kind. Ich muss jetzt in die andere Richtung, weil wir schon da sind. Schauen wir doch mal rein. Was da so läuft. Wow. Kann ich die töten? Wunderschön. Wunderschön. Das ist das also, was man Musik nennt. Das merke ich mir. Das nennt man Musik. Gehen wir besser. Wunderschön. Wunderschön. Wie die rumgeistern da. Seltsam. Kann mir den Augen nicht gut sehen. Schatten sehe ich besser. Wunderschön. Wie ist der voraus? Wie ist der nichts von uns? Wunderschön. Wunderschön. Zurück. Zurück. Und da rauf. Ob wir schon da sind. Kleinen Blicknis kriegen. Was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Ei, ei. So viele, ja. Wir werden uns mal nie getötet. Machen wir ihn ein bisschen sauber. Oh nein. Oh nein. Genau wie bei meiner Familie. So nennt man das also. Raketen. Das merke ich mir. Ein kleines Filterchen. In die Richtung. Das zeigt er plötzlich nicht mit der vorne entlang. Komisch. Zuerst sollte ich hier landen. Da bin ich ja gar nicht rein. Da warte ich doch schon, oder? Das stelle ich jetzt nicht. Da warte ich jetzt gerade. Ah. Nicht blöd. Voila. Ne. Das war nichts. Das ist wieder ein Fliegender unterwegs. Wie jemand schiesst. Warum brenne ich. In der Falle. Ich glaube, dass dich aus den Schatten heraus etwas beobachtet. Ah. Was ist denn jemand hoch? Gibt es da auch noch etwas? Nein. Was ist los? Ich sehe nichts mehr. Die Augenhiden. Unseren Begleiter. Wo sind sie jetzt? Wo sind sie? Wo sind sie? Wir gehen hier hoch. An der Leiter? Jetzt gehe ich das Wort. Ja. Da habe ich doch noch etwas entdeckt. Oh. Das knistert. Knistert. So ist die Leiter. Was sind denn das für Welge? Warum sind die nicht mehr rot? Da ist ein Gefliegerter. Pass auf. Ja. Shit. Oh. Alter, viel weiter. Was ist denn hier unten? Ja. Da erwischst du mich nicht. Haha. Ja. Ich meine, wieder so etwas. Ich kann tot Menschen werden. Er versteht nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt. Das habe ich nicht. Da bekomme ich wenigstens Stress mit dem Ding. Krass. Oh, das tut was grosses. Ein riesiger läuft da rum. Hier komme ich jetzt hier raus. Manometer. Tiefer in den Kaninchenbau. Oh. 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 Oh, okay. Oh.